Eine Wurst befindet sich aktuell in einem Rückruf. Es wurden Salmonellen entdeckt, die schwere Erkrankungen auslösen können. Aktueller Rückruf, vom 40er-Wurst bedringend abgeraten. In dem betroffenen Produkt wurden Salmonellen entdeckt. Es besteht Gesundheitsgefahr. Die vom Rückruf betroffene Wurst wurde beim Diskur unter Beninacht Bundesländern verkauft. Auch Kassel von einem Rückruf ist aktuell eine Wurst betroffen. Die Herstellerfirma Svschildauer Fleisch und Wurst waren GmbH informiert über Mücktes vom Rückruf betroffene Produkt, welches bei Beninacht Bundesländern in Deutschland verkauft wurde. Soll nicht mehr verzehrt werden. Es droht Gesundheitsgefahr. Laut Angaben des Herstellers könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Salmonellen in der einzelnen Packung in der betroffenen Wurst einverzehrt könnte. Zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und schweren Durchfall und Fieber hervorrufen. Kinder, Senioren und Immungerschwächte seien für einen schweren Verlauf einer Salmonellen-Infektion besonders Rückruf von Wurst. Dieses Produkt ist betroffene Hersteller und das Handelsunternehmen Penny, welches das vom Rückruf betroffene Produkt verkauft hat, haben umgehend reagiert und die Ware sofort aus dem Fack. Es handelt sich um folgendes Produkt, Produkt Schweineknack Erdermarke Schildauer Verpackung 7 x 100 Gramm Haltbarkeitsdatum 4 und 0 2. 2021 Schargen Nr. 210404 Wiederhersteller im Rückruf berichtet, können Verbraucher die Informationen dem Etikett der Wurst. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Schargen Nr. Oder andere Schildauer Produkte seien nicht betroffen. Wurst im Rückruf. Produktwort 1 8 Bundesländern verkauft Nach Angaben des Verbraucherportals Produkte ist die vom Rückruf betroffene Wurst beim Disco unter Benin folgenden Bundesländern in Deutschland verkauft worden. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg-Sachsen-Sachsen-Anhalt, Thüringen-Berlin-Hessen-Niedersachsen Wurst im Rückruf. Produkt auf keinen Fall verzehren Kunden, die die betroffene Wurst gekauft haben, sollten dieses auf keinen Fall verzehren. Es drohe gesund. Das vom Rückruf betroffene Produkt kann gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbonds in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben werden. Verbraucheranfragen Beantwortet der Kundenservice das Fschildauer-Fleisch- und Wurstwaren GmbH unter der Telefonnummer 034221 55000 Pellenagris, Na.de und Merkur.de sind die Ildes bundesweit-Nippen-Digitalredaktions-Nekobricklisten-Bild Copyright-Symbol Rolf Fennenberg Deutsche Presseagentur Rolf ponto Rolf Amen. Amen.